Ich kenne keinen einzigen Oberbürgermeister oder Bürgermeister, der in den letzten Wochen auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, die Integrationsprobleme in meiner Kommune lassen sich dadurch lösen, dass mehr Menschen kommen. Ich bin aber von vielen Oberbürgermeistern und Bürgermeistern um Gespräche gebeten worden, die mir gesagt haben, trotz besten Willens, Flüchtlinge in unsere Gesellschaft zu integrieren, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen müssen, unsere Kapazitäten sind endlich. Das ist die Realität in diesem Land.